Ja, ich überlege gerade. Ne, wir machen das ein bisschen anders. Ich möchte hier bitte den Gang etwas länger haben. So. Hier machen wir dann nämlich eine Dings hin, eine Zugbrücke. Die wir jederzeit hoch und runter ziehen können, um uns einzubunkern. Und hier planen wir dann unsere Verteidigungslinie. Also noch ein Stück länger hätte ich ihn gerne. Und dann so hoch. Und dann channeln wir hier. Dann gehen wir noch eins runter und noch ein Stück Gang und dann kommt die große Halle. Äh, wie groß sollte die sein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf haben wir jetzt hier. Und hier haben wir acht. Plus drei ist auch elf. Äh, gehen wir mal auf den Pinsel. Das heißt, wenn ich die Größe mache, ist es besser wahrscheinlich. Weil wir brauchen eine große Halle erstmal. Wo wir alle unterbringen können. Wo wir dann nachher auch unsere Goodies und so unterbringen. Also unser Trade-Zeug. Sieht aber nicht ganz richtig aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Das soll unsere erste Halle werden. Oh, hier bin ich jetzt ganz oben. Gut. Die anderen können hier ein bisschen Plant-Gathering machen. So. Und dann lassen wir die Jungs mal laufen. Gucken wir mal, was machen sie gerade so. Get a plant, get a plant, get a plant, get a plant. Okay. Labor. Hm. Weiß nicht, warum wir sie jetzt alle erstmal Plants gettern wollen. So, jetzt tut sich was Neues. Er tut fischen. Dick, dick, gather plants. Okay. So, kann ich dich jetzt benennen. Ja. Sehr schön. Du bist jetzt der General. Kann ich das nicht irgendwie auch nehmen und Profession direkt hier machen? Work Orders. Work Orders. Nee. Da muss das so gehen. Stone. Das ist ein bisschen schade jetzt, aber... Ja, okay. Nee, lassen wir die erstmal weiterlaufen. Das kann ich auch... Wobei, das kann ich machen, während sie arbeiten. Du bist ein Amor-Smith, also Amor. Das ist noch ein bisschen doof, wenn ich... Das, äh, während sie arbeiten... Die Slopes sollten sie auch entfernen. Machen wir mal kurz Pause. Die zwei und das da. Am besten alle hier. So. Holz liegt da schon mal rum. Womit wir anfangen können, ist... Hier einen großen Stockpile zu errichten. Für... Alles... Außer Steine. So. Dann können die Leute schon mal alles aus dem Karren... Äh... Okay, nicht nur Steine. Bitte auch kein Holz. Können die Leute anfangen, alles schon mal aus dem Karren rauszuholen. Okay, wir sind unten. Haben noch mehr Limestone. So. Also. So. Und dem hier können wir ja sagen Barrels, Bins Weil eigentlich sollten wir auch die Sachen da einlagern können in Säcke oder so Aber das machen sie wahrscheinlich Was zur Hölle Oh Da habe ich mich vertan, das ist Nicht so schön Da habe ich nämlich aus Versehen wohl Das angeklickt, aber ich wollte eigentlich Das hier haben Okay, sieht jetzt ein bisschen interessant aus Das ist auch ein Channel Befehl, hoffe ich mal Ich hätte es aber sehen müssen, aber okay So, was ist noch in meinem Karren? Hauptsächlich Barrels und Plum Seed Bag Okay, wir graben uns langsam nach unten Ja gut, das ist jetzt ein bisschen Ärgerlich, aber können wir nichts machen Also ja, der Fehler lag bei mir natürlich Ich habe nicht aufgepasst Und dann kann ich mich noch mal sagen, okay Und dann kann ich mich noch mal sagen, okay Also, wir machen uns langsam nach unten Hier fließt Wasser. Achso, da ist ein Wasserfall. Oh, der geht ganz schön tief nach unten, der Wasserfall. Oh, der geht ganz schön tief. So, von hier aus will ich, dass es nach oben und nach unten geht. Bei oben kommen dann... ...hier in die Richtung Küchen hin. Also erst der Speisesaal und die Küchen. Unten kommen Werkstätten hin. Ja, das dauert aber halt hier eine Weile, bis das ausgebuddelt ist. Also lassen wir sie das erstmal ausbuddeln. Okay. Okay, ich habe was Dings. Left-click for center and expand. Was machen meine Zwerge denn so? Schlafen. 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 Was mir gerade nicht so gefällt, wenn ich es mir so recht ansehe, ist die Tatsache, dass hier alles Limestone ist. Sprich, wenn wir Pech haben, müssen wir wieder uns eine Farm selber anlegen, weiter oben. Äh, andere Richtung. Obwohl wir extra was ausgesucht haben mit Some Soil. Aber hier der Berg scheint komplett aus Limestone zu bestehen. Und ja, das ist so etwas in der Richtung, was wir als erstes angehen müssen. Ja. 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 Ja, das ist ein Kind. Es hat angefangen zu regnen, ja. So, Meeting Area. So. Das heißt, wir können jetzt eigentlich hier erstmal einen Stockpile noch reinmachen. Wo wir Essen und Trinken lagern. Wir können aus dem Stockpile Essen und Trinken entfernen. So. Okay, das hier ist Kalk. Aber ich glaube, auf Kalk können wir auch nichts anbauen. Workshops. Gather food. Sand, Clay, Fishing, Pit Pond. Und... Stockpile ist es natürlich auch nicht. Organized Burrows bauen wir gerade auch nicht. Wenn, dann brauche ich gerade... Erstmal kurz Pause. Das würde ich nämlich gern noch gucken. Wo ist... ... ... ... ... ... ... ... Garbage Dump, Water Source, Tump, Clay Fishing, Dungeon, nein. Unter Workshops wird es doch nicht sein, da du Farmplot. Ja, No Soil, Mud for Farm, da müssen wir gucken. Weil hier ist überall Kalk, naja. Okay, ich würde jetzt aber mal sagen, wir speichern hier, save and return to title. Und dann machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Und gucken dann in der nächsten Folge weiter. Also wir haben schon mal den Anfang gesetzt. Oh ja, wir bräuchten Soil oder Clay, um Farm-Sachen anzubauen. Aber ich habe gedacht, ich hätte dort Soil. Vielleicht in den tieferen Ebenen. Mal gucken. Also, bis gleich.